Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Streamplan vom 19.04. bis zum 25.04. Montag von 18 bis 22 Uhr, Lords of the Fallen. Dienstag, noch unbekannt, Ark Survival Evolve. Am Mittwoch 16 bis 22 Uhr, Satisfactory. Auch Donnerstag 16 bis 22 Uhr, Satisfactory. Two Worlds 2 am Freitag von 18 bis 22 Uhr, Horizon Zero Dawn am Samstag von 14 bis 20 Uhr. Und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr wieder Satisfactory. Untertitelung des ZDF für funk, 2017